St 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 Weisspolizei So erreich die Wohnung Zack Voll weggebummst Sehr schön Zack Zack So der Stopp down So aufladen Oh ja komm her und Bam Hohoho Hallo hab gut aufgeladen und nichts ist passiert So ach da unten Sieht man das klappt oder Achso die Aufladung geht wieder weg Jetzt verstehe ich das Was Lecker noch so schnell machen Haha Wie es die mal weg haut So zack Irgendwie Irgendwie klappt das gar nicht immer mit der Aufladung Geht es nicht so ganz Geht es nicht so ganz Da ist glaube auch down Oh ja macht sich selber kaputt Oh ja macht sich selber kaputt Oh ja macht sich selber kaputt Und die auch nicht Haha immer aufladen Oder ladet die nur wenn ich grad den Invisier hab das so zack Wow Der war schön So kommt er So kommt er Hei 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 wiederfahrt Wo fahrt mir überhaupt hin So ich hab ja nun die Zeitanzeige aber keine Entfernung Drei Minuten Zwanzig Aber schon noch ein bisschen lang Ey wie die fahren man Also ich war ja schon schlimm aber die Teilweise Die fahren ja noch schlimmer Ah ja jetzt sammeln sie sich aber Und mal schön ne Runde aufräumen Im Garten Alter der lebt Immer noch Ah wo man Hallo Guck mal jetzt hier kann ich nicht nach oben zielen Schon ein bisschen komisch So und Futschi So ich muss ja auch immer auf die zielen und dann aufladen Ich dachte ich kann die auch so immer aufladen So wie der Fahrt So soll man mal tauschen Jetzt fahr ich mal mal gucken ob der Gut schießen kann Beziehungsweise Gut fahren kann Ich bin gespannt wie die Sicht das Auto fahren lasst Nein gar nicht so schlecht Fall von mir im Kreis und Wir müssen noch zwei Minuten durchhalten Ich muss ja irgendwie zu einer Wohnung kommen aber kommen wir irgendwie nicht hin wenn wir da so hier im Kreis fahren Ja der macht das doch ganz gut eigentlich So aber irgendwie hat das auch eine ziemlich träge Steuerung das Auto So Er schafft das Er schafft das Uh Er schafft das auch ein bisschen knapp Irgendwie habe ich grad Seitdem ich vor allem Polizei ist hinter mir Nie eine Pause Na komm machen doch kaputt So macht man das Na wie kaputt das schon ist So bring das Auto zur Wohnung Ah Jetzt sind sie gleich weg oder So Kann man noch eine Runde chillen So Oh 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 Jujujuju Okay das war's Ende ich habe schon gedacht so Noch eine Straßensperre Nachdem nie nichts gekommen ist Neutralisiert 20 Polizeiwagen Habe ich doch gemacht oder Obwohl nie nicht neutralisieren sondern einfach nur ausgeschalten Oh So Endlose Reichweite Ne Modifikation Okay seriously Did these guys ever back down from a race? No Even when they shouldn't bother It's part of their DNA Driving is like oxygen to them I'm glad we're making time for this man Yeah 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 Dom is back So The least we can do is remind them why Ben Mio And the Ronald De Locos I like Rio A lot less guns than the Mexico job too So in Rio de Janeiro Und jetzt habe ich hier Ein Dodge Und nicht mehr hier den Lambo Oder was das auch sei Hallo Zu blöd zum geradeausfahren oder was Haha Alter Falter Was haben wir 5 Aber keine Runden sollen Das sind so komische Flaggen Oh da ist eine Chance Oh das ist eine Chance Oh das ist eine Chance Oh je Ja das war auch sehr schlau Das hat vollgebracht Na ich nehme die Ecke mit Nein du kommst hier nicht vorbei Okay er kommt doch vorbei So Eine Runde fliegen Alter da ist ein Baum Da war ein Baum Alter ich habe schon gedacht Den Baum Kann man hier nicht wegfahren So jetzt sollte ich auch mal ein bisschen auffohlen oder Also steht das 5 vor Runden Glaube ich eigentlich nicht Sind das einfach Checkpoints Alter in dem Spiel kann man so geil Ecken fahren Doch es sind sogar Runden Alter aber 5 Ja okay haben wir nur Zeit zum Auffohlen Ne Dann noch Platz 8 Alle in dem Spiel kann man wirklich keine Ecke fahren Das gibt es doch nicht Dann kriege ich einen Boost Dann wieder gerne einen Boost Wo habe ich gerade eigentlich den mit geholt Wo ich Platz 7 bin Alter Es gibt es echt nicht Wechseln kann ich auch nicht mal So wow Ruhig Der war knapp Oh lang ist das was ich oft voll habe Denn mit dem Auto geht es relativ schwer Und die scheiß Ecken Oh Alter Da lenkt man voll und der lenkt halt gar nicht So habe ich gerade lenkt Das ist wirklich voll Also ich mache nicht irgendwie nur so halb Also sondern voll Oh jetzt kommt auch noch Polizei Hallöchen Warum gehen sie immer auf mich? Immer auf den letzten Weil sie so langsam stich No Ja genau Ich bin schon langsam genug Und jetzt Hallo Will der mich ja noch Langsamer Was mache ich hier? Ja genau Alter das geht doch nicht in Trift rein Alter wie ich das Auto hasse Alter Ach Ach Aber ich wollte schon sagen der hat mich Neutralisiert Dass ich Selbst neutralisiert Ja la terne Alles klar So also ich würde sagen das Rennen das schaffen wir natürlich noch Dritte Runde Die Runde Platz 8 Die ganze Zeit Warum kann ich nicht mit dem fahren Ich schliebe das auch Ich schliebe das auch Ich schliebe das auch Und Y Ich will unbedingt hier auf seiner Ideallinie fahren oder was Wow, 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 Behinderung So, jetzt hat man hier mal gucken, dass wir im vorderen Feld einen Platz finden Obwohl ich bin schon wieder Platz 8 Schon geil, Mann Vor allem fahren die mir langsam und sicher davon Ich verstehe es auch gar nicht, wie die immer um die Kurven kommen Also ich lenke da mal voll Und muss da wirklich mit Bremse und Handbremse zusammenarbeiten Dass ich da überhaupt um die Kurven komme Und die chillen sich da hinab Wow, sehr schön Das ist Nummer 7 Nur noch Sex vor uns So, jetzt haben wir wieder einen Boost Aber der ist noch nicht, der ist nach der Kurve am besten So Der war doch mal gar nicht so schlecht Und langsam war ich das schlechte Auto unter Kontrolle Also, gehen wir die schlechte Steuerung Aber irgendwie komme ich halt nicht an die Leute ran Hier ist noch, ah Mann Da macht man einen Fehler und dann Kriege ich hier schon einen Kotzreiß Guck mal da Alter Falter, der Das gibt's nicht So ein tolles Auto Wo sind die alle? Ach, das sind sogar zwei, oder? Ne Okay Toll Schon normaler Verkehr Schon gedacht, jetzt kann ich hier gleich jemanden überholen Aber guck mal, ich mach da einen Fehler oder so Und dann Hab ich gar keine Chance mehr eigentlich zu gewinnen Was, vielleicht wenn mein Kollege Oh Mann Die scheiß Polizei Das nervte mich auch noch Guck mal, vor allem, wie die auffolgt Das ist ein komischer Bubli hier, kleiner Wagen Das behindert mich auch noch Dein Auto ist gleich kaputt Oh je, noch einen Crash, dann bin ich sowieso kaputt Jetzt mal gucken, ob ich irgendwie Mit dem einen Tipp da irgendwie, hier das Auto auswählen kann Da bin ich mir nicht so ganz sicher Oh je So, die Blämmchen mal gestehen Da, wo rot war Wo hinter mir ist auch noch Hier der andere Platz Nummer 8 Alter, come on Das gibt's nicht So'n kleiner Popelwagen ist schneller wie ich So, Leute, Sachen, die wir bekommen So mal gucken, wenn ich der Neustart kann ich vielleicht den anderen auswählen Ich bin aber nicht ganz sicher So, Rio Teil 2 So, hier kann man den auswählen Probe erstmal mit dem Okay, seriously? So, jetzt bin ich mal gespannt So, das Leiste, was wir können, ist, zu erinnern, warum 10 Mill und der Rona De Locos Ich mag Riff Einmal weniger Mehr als der Mexiko-Jab So So Gedab, man Ha, der Gedab hier So, in Stand Platz 1 Oh, der trifft doch ganz anders Und hier merkt man, guck mal, die Steuerung ist schon Vielzinsiblo Ja, aber die Ecken, die mag ich auch mit dem Auto Nein, nein, nein Komm hier In die Wand rein, sehr schön So, jetzt muss ich mal gucken Ja, aber der lässt sich so übelst anders fahren So, so lange ich das eigentlich hier halt Bin ich so schrieben So, mit dem kann man halt viel besser fahren Und guck mal, wie schnell der auch ist Die alte Krücke da hinten Sicherlich auf Platz 8, mein Kollege Ich würde mal schon sagen, also man merkt schon den übelsten Unterschied zwischen den zwei Autos So Dann kann man den auch viel besser steuern Ich meine, okay, ja, das Spiel und Steuern Habe ich jetzt, glaube ich, etwas Falsches gesagt, aber egal So, oh, hallo, was wird das gerade? Oh, die kommen nun mal näher So, einmal hier links, einmal wieder rechts So, dann habe ich hier unten die Ecke So, dann habe ich mal wieder einen Boost Ich fahre mich teilweise, wie man das schaffen will In so einem Rennen, um den Sekundärzehn da 5 oder 7 Boosts einzusetzen Ich kriege da vielleicht maximal 3 hin pro Rennen Oh, mehr kriege ich ja auch gar nicht Muss man da hier auch ständig einen Drift fahren oder so Grad hier vielleicht so schön eine lange Drift rum Oh, ja, Crash Oh, ja, und erst kommt die Polizei und geht auf Platz 1 Geh doch mal auf Platz 8, du Idiot Das ist doch viel langsamer Wow So, dann sind sie alle wieder weg So, und hier wieder ein Boost Ich glaube, jede Runde kann man schon irgendwie einen bekommen Ziemlich mal in dem Rennen hier So, wo sind sie? Da hinten Okay, ein kleiner Abstand Was sagen wir jetzt nicht irgendwo einen schönen Crash? Scheiße Na, Mann, das ist so... Warum sag ich das auch? Wenn wir jetzt noch schön fahren, dann ist das hier easy going Da kommen diese noch weg, nur weg Da kommt noch eine Kurve Oder liegt da noch Da ist jemand putt gegangen So, ach, nochmal eine Runde Ich hab gedacht, wir sind schon in den letzten Oh, Mann, hab ich wieder einen Scheiß So, hier... Oh, Mann, der steht immer so blöd So, okay Aber der vorderste Schöne im Kopf Ich kann mich ruhig überholen Ist mir doch egal Oh, da kommt wieder einer Oh, wie gesagt, noch zwei Kurven Und dann sind wir endlich durch Aber wie gesagt, eigentlich, sag ich mal, mit dem Auto ziemlich easy Mit dem anderen No-Go Absolut nicht Alter, mit dem Dodge Das war schon irgendwie... Ganz schön Guck mal, benutze acht Boosts Alter Das ist gar nicht, woher ich acht Boosts herholen soll So, jetzt gehen wir wieder So, jetzt gehen wir jetzt auf Vielen Dank.